Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das hier vor uns ist die Straßenbahnstation in Rodan. Ich kann jetzt leider den Zoom nicht großartig verändern. Und hier ist halt die Verbindungsstraße hinunter zur Leasing. Ich weiß nicht, hört man was? Sehr viel Gegenwind. Das ist ein bisschen schwierig, schauen wir mal mit. Ich schaue, dass ich da irgendwie vorbei komme. Machen wir das so. Ja, das ist eine Strecke, die fahre ich relativ oft, steht bei der Straßenbahnstation. Und hier geht es dann hinunter zur Leasing und da mache ich dann heute den sechsten und siebten Teil. Schauen wir mal, ob ich dieses Video überhaupt hochlade. So, hier sind wir im Gegenverkehr. Hier geht es. Da geht es. Und hier geht es wieder weiter. In der linken Hand fließt schon die Tür-Releasing, also ein kleiner Zufluss. Da geht es halt flott dahin. Es schaut halt sehr verregnet aus. Und vielleicht gelingt es mir, halbwegs trocken zu bleiben. Schauen wir mal. Sehr angenehm. Ich würde gerne höher schalten, aber mit einer Hand geht das am falschen Griff eher nicht. Eine Querstraße noch, dann haben wir es geschafft. Hier ist weniger Verkehr. Aber die Busse von rechts sind hier immer wieder gefährlich. Moment. Kommt von links noch wer. Und hier geht es dann die letzten Meter hinunter. Passt. Haben wir es mehr oder weniger geschafft. Danke sehr, danke schön. So, so, so. Gut, das war es. Weil rechts unten ist schon die Leasing. Ende.